So, ich sag schon mal den Leuten, die gleich auf Stegi rüber gehen, ne, viel Spaß drüber, Stegi, grüßt mal, ganz liebe Grüße und toitoitoi mit dem Hugo-Ding und bis morgen, tschööööö. Oh, dageschön für den Raid. Oha, von Frink Gronkh höchstpersönlich geradet worden. Bucket List abhaken. Holy shit. Ey, vielen lieben Dank. Danke, danke, dageschön. Wir haben hier anscheinend die Nachtwache übernommen gerade. Wir haben hier ganz große Probleme. Ey, vielen lieben Dank. Wirklich, dageschön. Ey, fetten Support. Wir haben schon gezeigt, was ihr da gemacht habt. Insane. Was ihr hier gezaubert habt. Das ist ja so crazy. Das ist krank. Das ist heftig. Ey, vielen lieben Dank, wirklich. Danke, danke, dageschön. Ich will jetzt nicht gerade mein Artwork zeigen, was wir gemacht haben. Weil ansonsten ist es, glaube ich, gleich weg jetzt. Okay, wir zeigen jetzt ganz kurz. Yeah, I can show you an image from my friend. Aha. Das ist unser Dino. Das ist unser Dino. Wir waren ganz am Anfang, Sekunde 1 waren wir hier. Wir haben ganz schnell den Dino hochgezogen. Und seitdem hat er eine Zigarette im Mund. Dann hat er manchmal Durchfall mal wieder. Immer, immer wieder hin und her und alles. Dann ist das hier Hugo. Und Hugo gilt es zu verteidigen. Dankeschön für den Raid, Mann. For real. Dankeschön. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream. Geil, dass Cronk höchstpersönlich bei A-Plays mitmacht. Ich habe mit Kevin schon eben gequatscht. Und Kevin auch gesagt, Alter, wie krass das ist. Einfach so Cronk, der das so hin und her guckt und sich das so anguckt. Über cool.